Hallo und herzlich willkommen zu Annelies Luxus Lounge. Ich habe mich wieder für euch auf die Suche gemacht und habe ein kleines Juwel gefunden und zwar das Landersdorfer und Innerhofer in der Lederer Straße 17. Hier gibt es Köstliches aus ganz Europa, von Frankreich bis nach Italien ist alles dabei. Und die Weine werden wir auch probieren, aber jetzt gehen wir erstmal rein. Hier ist schon richtig voll. Wir sehen, die Feinschmecker haben sich hier zusammengefunden. Und jetzt besuchen wir natürlich auch mal gleich den Küchenchef. Ich habe mich in die Küche verzogen, um ein bisschen rumzustöbern, was es hier denn Leckeres gibt. Und neben mir ist der Küchenchef Herr Röbel. Herr Röbel, was macht denn die Küche von Landersdorfer und Innerhofer eigentlich aus? Die Küche, die macht aus, dass sie klein, fein und ziemlich exklusiv ist. Und was für eine Art? Also italienisch, französisch, österreichisch und deutsch. Service bitte. Was ist im Moment das Lieblingsessen von Ihnen auf der Karte? Im Moment, da müsste ich sagen, das ist Schwertfisch mit langen Sinus und Krautsalat. Und warum? Ja, weil das zusammenhängig ist, leichtes Gericht ist. Was ist das? Das sind Kaninchenohladen. Ja, und das Brot backen Sie auch noch selber? Ja, natürlich. Wäre ja schlimm, wenn man hier gekauft ist. Ich hätte jetzt gern einen Wein, der schmeckt wie ich. Was feuriges natürlich. Was temperamentvolles. Was temperamentvolles. Was haben wir denn da? Wir hatten einen schönen Bogel, also Cabernet Sauvignon aus Kalifornien. Und ich denke mal, dass er genau zu dir passt. Schön was feuriges, was beeriges, was fruchtiges und was gehaltvolles. Und ich denke mal, dass er sich in der Karte schwebt. Bis zum nächsten Mal. Und ihr könnt natürlich einen Gutschein gewinnen für zwei Personen, ein Dinner hier im Restaurant, wenn ihr folgende Frage beantwortet. Wie heißt der Wein, der so schmeckt wie ich?